Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir eine Kanone. Wir brauchen ein Plastikröhrchen, eine Tesarolle, Perlen, Steckperlen, Plastikringe, ein Strohhalm und Holzspieße. Das Plastikröhrchen an beiden Seiten anschneiden und an die neue Öffnung einen kleinen Plastikring ankleben. Auf der gegenüberliegenden Seite eine Perle ankleben. Nun die Tesarolle halbieren und wieder zusammenkleben, das ergeben die Räder später. Holzspieße in kleine Stücke schneiden und an Plastikringe ankleben. Diesen Stern dann in die Tesarolle kleben. Aus Holzspießen dann die Unterkonstruktion für die Kanone basteln. Jetzt malen wir die Kanonen in anthrazitfarbener Acrylfarbe an. Die Räder und die Unterkonstruktion in braune Acrylfarbe. Für die Bodenplatte nehmen wir ein Stück Pappe und malen es mit brauner Acrylfarbe an. Tischsets schneiden wir in schmale Streifen und malen sie ebenfalls mit brauner Acrylfarbe an und kleben sie auf die Bodenplatte. Die überschüssigen Teile abschneiden. Nun die Perlen bemalen in anthrazitfarbener Acrylfarbe, ebenso die Steckperlen. Sie halten später die Räder. Jetzt alle Teile zusammenbauen. Nur noch die Kanone auf die Bodenplatte kleben und schon ist sie fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald. Eure Steffi